Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die, hier in Alpha 21. Ja, in der letzten Folge waren wir etwas abseits hier im Nordosten in einer Stadt, jetzt hier Luden. Ja, ich glaube, was heißt ich glaube, der fünfte Tod hat uns dann zum folgenden Ende wieder nach Hause katapultiert. Fünf Tode in Tag 4. Ja, man ist aus der letzten Staffel ein bisschen was anderes gewohnt. Jetzt hier Ausdauer etc. Musst du ja auch erst wieder alles aufbauen. Ja, ich habe uns hier jetzt mal eine Abholenquest angenommen. Bei Joel hier, also bei uns an der Base. Übergangsbase. Abholquest. Das heißt, wir müssen uns nicht zwingend mit jedem Zombie anlegen. Naja, schauen wir mal. Das ist schon mal nice. Ja, himmlisch muss haben wir auch noch nicht. Aber jetzt muss es uns endlich mal gelingen, hier mal eine Quest zu erfüllen. Das ist ja eine Lächerlichkeit nicht mehr zu überwiegen, hier bislang. So, dann gehen wir mal mit für Plastik. Obwohl ich sehe, dann gibt es bessere Plastikquellen. Antibiotika, sauber. So. Bringen die immer noch genau wie in der 20 Säure, oder? Guck mal, einer blöd. Vitamine und... Ne, bislang kann ich da keine Säure erkennen. Das Ganze mal lesen. Erste Hilfe, Verband freigeschaltet. Nicht ganz unwichtig bei meiner Spielweise. Ach, sodium. Verband investieren. Am Ende ist es. 180 da steht die Tasche das heißt wir haben endlich unsere erste Quest erledigt im dritten Anlauf das muss ja kein Grund sein hier zu verschwinden nein warum musst du denn da oben landen so schön ich lockpicks vergiss vergiss was war das hä achso witzig ja 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 Nein! Ich glaube, die Magma in der Palangsee. super jetzt er kommt und eine Pistole wenn auch eine selbstgebaut ist hier naja nix ja gut unsere Blöcke nehmen wir wieder mit dann möchte man uns hier wohl nach draußen lassen naja nehmen wir das Holz rein mit so da einmal was haben wir hier steigen wir jetzt könnte es sein ja gut dann endlich die erste Quest abgeben reparieren ja dann hat er jetzt allerdings am heutigen Tag wenn ich das jetzt noch richtig gesehen habe nur noch vergrabene Vorräte und ganz ehrlich mit einer dreier Steinschaufel mache ich keine Vorräte Quest das möchte ich erst weiter hochskillen es gibt zwar ordentlich Belohnungen aber der Schaufel bist du ja ewig dabei ein Baumstumpf ein Baumstumpf was ich bin ich bin ich bin schauen mal ah aber es ja es Vielen Dank. Ja, Ziel muss es sein, dass wir jetzt erstmal genug Dukes oder Jetons bekommen, damit wir uns den Wasserfilter für den Tausamter bauen können. Oh, in der Benefit, ja. Vielen Dank. Du hast auch sehr resursvoll sein. Hier ist dein Geld. So, es gibt ja doch noch Fertigungs-Fertigkeitszeitschriften-Paket. Das ist eine merkwürdige Übersetzung, aber ich dachte, das hätten sie jetzt mit der 3.17 rausgepatcht. Ich hoffe, dass der Wasserfilter jetzt nicht mehr 1.500, sondern 2.250 kostet. Ist ja auch nice. Ja, dann nehmen wir natürlich das fertige Paket. Definitiv. So, dann habe ich ja wahrscheinlich... Ich wollte gerade die Hemdlich-Mod verkaufen. Aber die haben wir ja noch gar nicht. So, die Solaris hier kannst du bekommen. Bogen-Pfiffi kannst du bekommen. Das war es dann auch schon wieder. Ja, wir gucken noch mal rein, aber... Achso. Oh, da müssen die am Hintergrund mal was ändern, das sieht man so schlecht. Beseitige Zombies, 430 Meter Süd, beseitige Zombies, 430 Meter Süd. Buchs. Aber cool, es ist Buchs. Da habe ich das. Egal, wir nehmen es an. Mir kam das jetzt gerade bekannt vor, aber ich habe das nicht vor, dieser... Staffel selbst auch schon ein bisschen gespielt. Wo will ich denn? Da hinten ist der Airdrop. Da ist unser Base, da will ich auch sehen. Da ist unser Base. Ich sollte hier, glaube ich, auch noch mal der Leiter dran basteln. Jedes Mal hier auf den... Auf die Rückseite zu häckseln. Habe ich denn eigentlich einen Helm? Ich habe auch nicht mal einen Helm. Yes. Oh, oh, oh. Okay. 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 So, okay. Oh. Okay. Oh. 2 vorschlagen kochen spiele kochtes fleisch und juka saft wir können uns ein bisschen schwer basteln die nehmen wir mal mit abkommen sehr schön so gut dann würde ich sagen aufs mehr das geht ja wieder keine um mich das geht ja das ist ja mir sicher mal kein stupe 1 das ist nur eine vermutung 3 ok das sieht aber nice aus das kenne ich aber auch noch was der 19 wir haben ein anderes biome entdeckt das verbrannte oder ist es das westland das sieht aus wie der mischung was ist denn mit der farbe hellgrün war doch eigentlich was und Das war's für heute. Keine lootbaren Autos, nur Schrottautos. Schade. So. Ist, äh... Ötland nennt sich das jetzt. Ja. Dann geben wir mal was Feines. Oh, nicht schlecht. So, die machen wir einmal auf. Zweimal Knüppel, sehr schön. Ich hab das gescrappt. Verdammt. Zweimal Fahrzeuge. Zweimal Erntewerbzeuge. Gut, da würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich mach mich hier auf den Weg zur nächsten Quest. Ja, ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auf das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.